Rekursionen auflösen mit Hilfe von formalen Potenzreihen, also sogenannten erzeugenden Funktionen, das war das Thema in Abschnitt 9.2 unseres Buches und damit willkommen zum Lösungsvideo zur Aufgabe 9.2.5, wo wir diesen Weg einmal an einem Beispiel durchführen wollen. Die rekursive Folge lautet hier an ist 3an-1 plus n, für alle n größer gleich 1, zusammen mit dem Startwert a0 gleich 0. Also eine Folge reeller oder sogar natürlicher Zahlen und diese Rekursion würden wir gerne auflösen und dafür steht hier schon die erzeugenden Funktionen, wo diese an jetzt als Koeffizientenfolge reingebaut wurden. Mit der legen wir los. f ist die formale Potenzreihe mit dieser Folge an als Koeffizientenfolge. Ja, da wir den Startwert a0 gleich 0 haben, können wir diese formale Potenzreihe auch bei n gleich 1 starten lassen. Und ab n gleich 1 haben wir ja unsere Rekursionsvorschrift. Da können wir jetzt das n ersetzen durch die rekursive Definition von da oben. 3an-1 plus n als Koeffizient vom Term x hoch n. Ja, das Rechnen mit formalen Potenzreihen funktioniert so, dass sich jetzt hier alles auseinanderzieht. Also hier steht 3 mal die Reihe n gleich 1 bis unendlich an-1x hoch n und dann noch als zweiter Summand n die Reihe mit n als Koeffizientenfolge, also n gleich 1 bis unendlich n mal x hoch n. Die erste Potenzreihe, die hier steht, die ist ja schon fast wieder gleich unserer Funktion f, unserer erzeugenden Funktion f. Was können wir hier machen? Wir könnten den Index um 1 nach unten schieben, n gleich 0 bis unendlich. Dann muss ich den hier innerhalb der Summe um 1 erhöhen. Dann steht hier an x hoch n plus 1. Und dann also noch einmal ausklammern, dass x, können wir auch ganz nach vorne ziehen, nx mal diese formale Potenzreihe Summe n gleich 0 bis unendlich an x hoch n, also x mal erzeugenden Funktion f. Was haben wir hier hinten? Hier steht die Reihe n gleich 1 bis unendlich n mal x hoch n. Hier tauchen keine Koeffizienten an oder so mehr auf. Das hier ist eine Potenzreihe, die wir wiedererkennen wollen. Wie könnten wir die hier umschreiben vielleicht? Hier steht die Summe n gleich 0 bis unendlich und hier drinnen der Index um 1 erhöht n plus 1 x hoch n plus 1. Und wenn wir da auch x ausklammern, dann steht hier die Potenzreihe mit den Koeffizienten n plus 1 vor x hoch n. Und die erkennen wir vielleicht wieder. Das ist das Inverse im Potenzreihenring des Polynoms in Klammern 1 minus x zum Quadrat. Das hier ist also x mal das Inverse zu 1 minus x zum Quadrat. Vielleicht hier irgendwo am Rand oder ganz unten dran erinnert. Wir hatten ja sowieso schon die geometrische Reihe 1 durch 1 minus x. Die ist uns wohl bekannt. Summe n gleich 0 bis unendlich x hoch n. Und daraus hergeleitet, zum Beispiel in der Aufgabe 9 2 1 kann man das nachlesen, hatten wir diese Potenzreihe uns überlegt. 1 durch 1 minus x Quadrat ist dann genau die Reihe n gleich 0 bis und endlich n plus 1 mal x hoch n, siehe Aufgabe 9 2 1. Da also hier nur so kurz am Rand dran erinnert. Und damit wollen wir die Rechnung zu Ende führen. Ich habe hier den Platz vielleicht nicht so ganz optimal ausgenutzt. Jedenfalls, wir hatten hier vorne in der Rechnung 3 mal und dann haben wir hier im roten x mal f gefunden und der zweite Term war jetzt gefunden als x durch 1 minus x in Klammern zum Quadrat. Also das war jetzt unser Ziel, die erzeugenden Funktionen f, indem wir die Rekursionsvorschrift da drinnen einsetzen, um zu wandeln und dann taucht typischerweise wieder f auf und vielleicht irgendwelche Potenzreihen, die wir schon kennen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier nach f auflösen, erhalten wir f auf der linken Seite und dann nochmal minus 3x f ergibt auf der rechten Seite die Potenzreihe oder die rationale Funktion x durch 1 minus x Quadrat. Das heißt, f und jetzt ausgeklammert 1 minus 3x ist also x und dann ein größerer Bruchstrich geteilt durch 1 minus 3x von der linken Seite ausgeklammert mal 1 minus x Quadrat. Wir haben es also geschafft, unsere erzeugende Funktion f zu schreiben als eine rationale Funktion und von dieser rationalen Funktion können wir uns die Potenzreihenentwicklung überlegen. Das machen wir vielleicht am besten über eine Partialbruchzerlegung, also als weiteren Schritt. Nächster Ansatz für den nächsten Schritt ist also eine Partialbruchzerlegung. Das heißt, diese rationale Funktion, die hier in der Zeile drüber steht, die können wir als Summe von einfacheren rationalen Funktionen, sage ich mal, schreiben. Nämlich also die rationale Funktion aus der Zeile drüber war das hier und es ist möglich, irgendwelche Konstanten zu finden, sodass hier herauskommt a durch 1 minus 3x plus b durch 1 minus x plus c durch 1 minus x in Klammern zum Quadrat mit den also noch gesuchten a, b, c aus der Welt der komplexen Zahlen, aus dem Körper der komplexen Zahlen. Also das ist eine Partialbruchzerlegung, das ist der Ansatz einer Partialbruchzerlegung und ich verweise hier vielleicht auch auf die Aufgabe 929, wo wir beweisen werden oder beweisen, dass diese Partialbruchzerlegung in diesem Fall immer existiert. Wir rechnen das jetzt einfach durch und vertrauen darauf, es wird funktionieren und naja, die Rechnung bestätigt es dann, aber die Frage, warum solche Partialbruchzerlegungen immer möglich sind, siehe Aufgabe 929. Wir haben hier im Zähler ein Polynom vom Grad kleiner als dieser Grad 3 im Nenner und wir haben hier Linearfaktoren, der eine zum Quadrat, also ist genau das der Ansatz unserer Partialbruchzerlegung, so können wir diese rationale Funktion als Summe von einfacheren rationalen Funktionen schreiben. Ja, durchmultipliziert hier oben die Partialbruchzerlegung mit dem Nenner von der linken Seite, erhalten wir also auf der linken Seite nur noch das x und jetzt diesen ganzen Nenner hier auf die rechte Seite multipliziert, wobei sich dann immer jeweils hier die Nenner rechts wegheben werden. Also da haben wir bei dem a noch die Vorfaktoren 1-x², bei dem b haben wir dann 1-3x mal 1-x einmal und bei dem c haben wir dann das 1-3x als einzigen Faktor davor. Das rechnen wir auf der rechten Seite mal weiter aus. Wir haben hier vor dem x², was haben wir da alles? Da haben wir hier von vorne ein a und von hier haben wir 3x², also plus 3b. a plus 3b sind auf der rechten Seite die Faktoren, die da beim x² stehen. Dann, was ist mit x? Da haben wir hier vom ersten Term, hier werden wir ein minus 2ax kriegen. Was kriegen wir hier in der Mitte? Minus 3b und nochmal minus 1, also minus 4b und dann noch ein minus 3c als Vorfaktor vor dem x. Also was hatte ich jetzt gesagt? Minus 2a, minus 4b und ein minus 3c als Vorfaktor vor dem x und dann sozusagen vor dem x hoch 0 haben wir hier vorne ein a und hier ein b und hier ein c. a plus b plus c. Ja und wir befinden uns jetzt im Polynomring sozusagen über c. Das heißt, wenn wir hier wissen, auf der linken Seite steht das Polynom x und hier steht dieses Polynom, dann können wir mit Koeffizientenvergleich schauen, was diese Koeffizienten auf der rechten Seite für Bedingungen erfüllen müssen. Koeffizientenvergleich, auf der linken Seite steht ja gar kein x², also ist 0 gleich a plus 3b. Auf der linken Seite steht 1 vor dem x, also ist 1 gleich minus 2a minus 4b minus 3c und auf der linken Seite steht kein konstanter Term, also ist 0 gleich a plus b plus c. Wir sind also, wie es immer so läuft, bei linearen Gleichungen für diese unbekannten a, b, c gelandet und dieses lineare Gleichungssystem können wir natürlich mit dem Gauss-Algorithmus lösen. Also welche Gleichung haben wir, wir haben die Gleichung 1 mal a, 3 mal b und 0 mal c ergibt die rechte Seite 0. Wir haben die Gleichung minus 2 mal a, minus 4 mal b, minus 3 mal c ergibt die rechte Seite 1 und wir haben die Gleichung 1 plus 1 a plus b plus c ergibt die rechte Seite 0. Ja, dieses lineare Gleichungssystem ist natürlich jetzt hier für uns schnell zu lösen. Wir würden hier zweimal diese Zeile drauf addieren und hier einmal die Zeile abziehen. Ja, dann hat sich also die erste Zeile nicht geändert. Die schreiben wir einfach ab, 1, 3, 0, rechte Seite 0 und bei der zweiten Zeile habe ich hier vorne eine 0 erzeugt, minus 2 plus 2 und hier minus 4 plus 6 ist plus 2, minus 3 ändert sich nicht. Rechte Seite 1 habe ich auch nicht geändert. Von der letzten Zeile haben wir die erste abgezogen, 0, minus 2, 1, rechte Seite 0, nicht verändert. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Addition hier und schon sind wir in Zeilenstufenform. Das heißt, jetzt schreibe ich die ersten beiden Zeilen ab. 1, 3, 0, 0, 0, 2, minus 3, 1 und hier haben wir noch eine Addition gemacht, 0, 0, minus 2 und rechte Seite steht jetzt eine 1. Jetzt sind wir in Zeilenstufenform und können unsere Koeffizienten ablesen. Also die dritte Spalte entsprach ja C, das war B, das war A. Das heißt, wir kriegen heraus aus der letzten Zeile C muss minus 1,5 sein und können das dann in die weiteren Zeilen drüber einsetzen. Aus der Zeile drüber, wenn wir das dann auflösen und noch durch zwei Teilen landen wir bei B gleich minus 1,25 und aus der Zeile drüber erhalten wir dann A gleich 3,25. Ich habe das mal abgekürzt und nur das Ergebnis jetzt hier abgelesen direkt. Minus 1,5, minus 1,25 und 3,25. Ja, damit ist unsere Partialbruchzerlegung vollständig und wir können jetzt schreiben, also F war ja diese rationale Funktion hier oben, aber jetzt eben auch gleich dieser Summe von rationalen Funktionen, nämlich A ist 3,25, also 3,25 mal 1 durch 1 minus 3x. Dann B war minus 1,25, minus 1,25 mal 1 durch 1 minus x. Das wird gleich einfach eine geometrische Reihe werden und C ist minus 1,5 mal 1 durch 1 minus x zum Quadrat. Machen wir hier vielleicht ein paar Klammern drum, damit das deutlicher wird, dass wir diese Terme jetzt natürlich wieder durch formale Potenzreihen ersetzen werden. Da kennen wir ja die formalen Potenzreihen mit ihren Koeffizienten folgen, denn das hier sind im Prinzip einfach nur wieder unsere geometrischen Reihen oder diese hier mit dem Quadrat da unten, die wir vorher auch schon hatten. Also hier haben wir 3,25 mal die Potenzreihe n gleich 0 bis unendlich. Ja, und jetzt nicht hier unten einfach nur 1 mal x, sondern 3 mal x. Also landen wir hier bei der geometrischen Reihe 3 hoch n mal x hoch n minus 1,25 mal die, ich nenne sie mal die normale geometrische Reihe x hoch n und dann minus 1,5 mal die Reihe, die wir vorher schon hatten, n gleich 0 bis unendlich, n plus 1 mal x hoch n. Ja, das Rechnen mit formalen Potenzreihen geht so, dass wir das jetzt hier natürlich immer reinziehen können, die Skalare und dann die drei Reihen aufsummieren können. Das heißt, wir landen bei einer einzelnen Reihe, einer einzelnen Reihe, Summe n gleich 0 bis unendlich, die hat die Koeffizienten 3,25 mal 3 hoch n minus 1,25 von der zweiten Reihe und minus 1,25 mal n plus 1 mal x hoch n. Und das ist also unsere erzeugende Funktion f, mit der wir gestartet haben, die ja die Koeffizientenfolge a n hatte. Daraus folgt, für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt, wir haben für a n eine Formel gefunden, nämlich das, was da steht, 3,25 mal 3 hoch n minus 1,25 minus 1,5 mal n plus 1. Wir könnten noch ein bisschen weiter rechnen, um zumindest den konstanten Koeffizienten noch irgendwie besser da zu berechnen. Also wir haben hier 3 hoch n plus 1,25, dann haben wir hier minus 1,25 und davon hinten nochmal minus 1,5 und dann noch minus 1,5 n. Das heißt, das liefert uns minus 1,5 n minus 3,25 minus 3,25. Und ja, so können wir das jetzt auch stehen lassen. Überprüfen wir vielleicht noch kurz, was passiert bei n gleich 0. Da sollte ja 0 herauskommen. Bei n gleich 0 ist das hier weg und hier steht dann 3,25 minus 3,25. Ja, also bei n gleich 0 passt es nur kurz als Plausibilitätsüberprüfung, dass wir hier wohl das richtige Ergebnis bekommen haben.